Trico, wie soll ich hier hochkommen? Was macht der jetzt? Ach, der springt jetzt Wasser und... Wasserverdrängung ist das Sprichwort, oder? Aha! Raffiniert. Entschuldigung. So. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich mit ihm auch wieder unten irgendwo rumtauchen, oder? Geh ich mal von aus. So, komm. Kann ich Andi auch mal hoch? Hallo? Nein, er will wieder an Land. Oh, störrisches kleines Tier. Aber es hat keine Blutflecken mehr, weil es halt jetzt gewaschen ist. Hat ja auch seine Vorteile. So. Gut, Trico. Willst du nicht hören? Gebe ich dir eine Kopfmassage. Ja, komm. Oho, oho, hier. Ja, komm. Auch wenn es da links wahrscheinlich nochmal ein Fass gegeben hätte. Wenn nicht hier, um alle Fässer zu sammeln. So. Und jetzt guck mal, ob du tauchen musst. Und Luft anhalten. Kamera, danke. Kannst ein bisschen schneller machen. Ich, ähm, ertrinke sonst. Glaub ich. Ähm. Ich sehe nichts. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ja. Okay. Game over. Yay. Gut, wie muss ich das denn sonst machen? Muss ich da jetzt mal Wasser belassen? Oh, was? Ach, das war gewollt. Gut. Und wo sind wir jetzt? Und wo ist Trico? Ähm. Okay. Was ist das? Was ist das? Und was ist das? Das ist... Das ist eine dieser Rüstungen? Ja. Oh, da fehlt der Helm. Und dahinter ist ein Fass. Okay. Das pulsiert ganz lustig. Aber sonst macht das glaube ich nicht so viel. Oh. Nicht, dass da gleich eine Kugel runterkommt. Jana-Jones-Style. Nein. Es ist ein Dark Souls Fahrstuhl. Mit Magical Aufgang. Okay. Oh, okay. Oh, so. Wir dürfen wieder aussteigen. Wir dürfen wieder aussteigen. Okay. Und jetzt? Wohin? Nein. Nicht dein. Wo denn dann? Hier vielleicht irgendwo? Ich bin verwirrt. Hier gibt's jetzt auch nicht noch einen Fahrstuhl, ne? Ne. Sieht zumindest nicht danach aus. Wenn ich hier wieder reingehe, dann komme ich ja nur nach unten, ne? Kannst du mal probieren. So wie ich vermutet habe. Aber hier unten kann ich auch nichts weiter machen, ne? Ja. Außer wir müssen jetzt einen Helm finden und diesen komischen... ...der Buddha reaktivieren. Aber selbst dann... ...dann kommen wir an ein Fass ran. Aber was soll ich mit einem Fass machen ohne Trikot? Hm. 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 Wo soll ich von hier aus hin? ... Versuche hier irgendwo irgendwie was zu erkennen hier, wo ich irgendwie... ...kann ich auch noch lang klettern soll oder so. ... Das ist natürlich möglich. Ist vielleicht etwas unkonventionell, aber... ...wenn's funktioniert. Meine Fegen. Okay. Der soll jetzt ja auch abspringen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber es sieht so aus, als müsste ich dann noch weiter irgendwelche Treppen hoch. Haben wir das Trikot? Mal sehen, ob ich hier irgendwo hochkomme. Jo. Sieht gut aus. Jede Menge Efeuer da zum rumklettern. Ich sehe das doch schon. Ich bin schon ein gelernter Efeuererkenner. Nachdem wir es beim allerersten Mal im Spiel nicht wirklich erkannt haben. Oder war es das zweite Mal? Ach, ich weiß nicht. Jedenfalls da, wo halt die eine Vase war, die man dann verschließen musste und alles. Hm. Bläh? Gehen wir mal in die Kette ran. Wenn schon, denn schon. Ja, nicht runterfallen. Ja, nicht runterfallen. Einfach nur hochlaufen. Nicht runterfallen. Achso, es sind Feder. Achso. Von Triko vielleicht? Vielleicht? Hm. Das waren immerhin relativ große Federn. Hallo? Sonst da? Runter? Vielleicht? Da! Ein Schwanz! Da! Ein Schwanz! Also... Da komme ich gar nicht hoch. Triko? Triko! Hm. Okay. Schläft anscheinend. Äh, komme ich da in den Baum ran? Jo. Oh-oh. Oh-oh. Ist er einfach da am Pin? Weißt du, und ich machen wir schon Sorgen. Nein. Das ist nicht unser, Triko. Das Ding hat eine Maske auf. Wie das Ding, das ihn gehauen hat. Wie das Ding, das ihn gehauen hat. Na, den hast du. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Kletter weiter. Nein! Das war nicht so gewollt. Äh. Nicht gut. Schon gesagt nicht gut. Nicht gut. Ähm. 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 Vielleicht, dass ich da oben irgendwie an das Saal ran muss. Ich hab da auch... Oh, shit. Da ist auch noch jede Menge Eifold. Vielleicht können wir da hinweg. Klettern. Wenn man mich lässt. Das verhält sich auch genauso... Dummlich. Nimm unser Triko. Naja, erstmal fünf Stunden lang um den Gegner herumtänzeln. Okay. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Mhm. Okay. Oder wär das ein Weg, um hier hinzukommen? Ich hab keine Ahnung. Ich seh nichts. Kamera ist hier gerade nicht so hilfreich Nee, wieso gar nicht Hm Äh Kaputter Fahrstuhl Hallo Wups Ich war es nicht Ich weiß, das habe ich fünf Stunden lang Aber es ist auch so Ich war es wirklich nicht Ah, okay Wenn man hier oben ist und von rechts Wenn man hier nach rechts geht Wo dieser Das Efeu da auch wächst Und wo dieser Simps da ist Da kommt man quasi halt zum Baum Wo das Seil halt dran hängt Das ist quasi ein optionaler Hinweg hierher Wo man eben dem Tier entgehen kann Die Sache ist halt nur Wenn man jetzt hier ist Und hier irgendwo hin will Ähm, die Kamera ist hier nicht sehr hilfreich Jetzt geh doch mal da hoch Meine gute Kamera Wirklich Ich dachte, die Kamera in Sonic spielen Sind immer furchtbar Oh Gott Brauch ich nicht die Leiter absteigen Okay, es gibt keinen Weg zurück Hallo Na du Verdammt So sollte es eigentlich nicht sein Aber er ist mal wieder nicht gesprungen Da sollte er ausspringen Was macht er? Er schiebt Weil wegen Es so So, steck deinen Kopf nochmal da irgendwo durch Dann brauchst du nicht so zu laufen Dann müsstest du die ganze Zeit aufs Klo gehen So Hier macht er wahrscheinlich dasselbe nochmal in grün Oh, die hat das selbe Okay Oh Gott Ich hab keine Ahnung, ob das, was ich hier mache, wichtig ist Aber solltest du am besten mal hochklettern Ich hab keine Ahnung, ob das, was ich hier mache